Es ist Zeit für die Ablenkung. Ich bin unterwegs, Sir David. Oh! 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 Oh, you lost. Hold up. Die ist ja aufgetaucht. Zum Teufel, dann los! Oh! 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 Ich dachte, Jacob gekocht. Ja. Das beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. Oh! 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 Put auf! Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Ich rufe. Oh! 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 Oh, oh, oh. Ich brauche noch etwa zwei Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Ordner erinnern? Mithorn, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule, denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Und da zieht den Mann einen Verhör. Dann bringt die zu mir ins Aboa. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Ich kann's nicht hinnehmen. Ich kann's nicht hinnehmen. Ich kann's nicht hinnehmen. Die Vorräte aus dem Zug nicht bergen, kürzt uns Mr. Starrick den Lohn. Sie werden sich schon holen. Warte ab. Das werde ich beenden. Warte ab. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ah! 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 Also wer war hier? Glaub ich schliere noch einen? Dies sindкі denn hier? Habt sie vor dem Ohr? Du haben das die Erwachsene! Ah! Ah! Geht ihr das weiter? Geht ihr euch? Ich krieg sie! Das ist dein letzter Kampf! Viel Spaß! Schusslinier frei! Schneller kannst du nicht rennen! Immer nur nacheinander halten! Lass keine Gnade halten! Hol mir die Scheiße! Scheiße! Was ist das? 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 Das ist das? Was 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 ist das? Was? Was ist das? 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 Die Ergebnisse, sofort! Mein Gott! Und das Schwarzlicht wird es vollständig transparent. Dieses Volk auf Nasen. Ich schlug das auf das Hotel in Wurm geschaut haben. Also wenn ich das sagen darf, das wäre eine ausgebrochen schlechte Idee. Bisschen, dann schlussend noch das Abflug in Ihrer. Ich würde mit Laufen feststellen. Da oben wäre ich nicht. Was ab dem Schandlauf wieder lacht auf das Internet. Zahlt Ihr Zahre mit seinen Kinken. Wenn Sie sich in den Ort holen und Mr. Starry den Rest. Vielleicht ist es das Risiko wert. Das war doch nur ein Scherz, Reynolds. Wenn wir dem 8.5 sein Geheimnis entreißen, haben die Templer noch nicht unkündig in der Hand. Die Assassinen gehen unter und von da wem bleibt nichts aus. Eine verblasste Erinnerung. Diese Methaw, die hat was. Wie eine Kanne saurer Milch. Aber weg, es wird. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starry nicht auf. Methaw hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden. Noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Tja nicht. ... Ich schaute hier sofort raus. Und weiter. Es war reichlich knapp. Ich brauche einen Ausgang. Ich schaute hier. Ich schaute hier. Ich schaute hier. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Krümpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ dann den Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Nein, euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater. Du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du... Jacob Fry. Vielleicht hast du ja recht. Also weinen wir? Ja, los. Auf nach London. Ich weiß, ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Ich möchte mich nicht weiter blinken. Nichts. Amen. Wir sehen uns, dass wir wirklich sicher Mother Sírenkruppen sind.